Suchen Sie nach dem richtigen Zug für Ihre Karriere? An der ETH Zürich bietet der Studiengang Master of Advanced Studies in Management, Technology and Economics, kurz MISM Tech, ein ideales Weiterbildungsumfeld für die Manager von morgen. Das Programm richtet sich primär an berufserfahrene Naturwissenschaftler und Ingenieure, Informatiker und Architekten. Der größtenteils englische Studiengang ist attraktiv für Interessenten aus der ganzen Welt. Zug um Zug zum Erfolg. Patrick Hemmerle, Architekt, Inhaber und Geschäftsführer von Hemmerle & Partner GmbH. Nach zahlreichen Jahren Berufserfahrung als Architekt und Mitglied der Geschäftsleitung eines großen Architekturbüros hatte Patrick Hemmerle den Wunsch, sein Wissen auszubauen. Ich habe das Studium am MISM Tech begonnen, um mir Werkzeuge zur Unternehmungsführung anzueignen und mein Wissen bezüglich Strategie zu vertiefen. Noch während er das MISM Tech Studium absolvierte, hat Patrick Hemmerle eine eigene Firma für Bauberatung und Projektmanagement in Zürich gegründet. Heute ist er an einer zweiten Firma für Bauberatung beteiligt und beschäftigt mittlerweile fünf Angestellte. Das Wissen, das mir am MISM Tech vermittelt wurde, erleichterte mir den Schritt in die Selbstständigkeit. Zug um Zug zum Erfolg. Natalia Chemuschenko, Bauingenieurin und MISM Tech Studentin aus Brasilien. Natalia Chemuschenko zog in die Schweiz, als ihr Ehemann eine neue Stelle in Basel antrat. Sie nutzte die Zeit hier, um ihr berufliches Profil gezielt um Management-Kompetenzen zu erweitern. Das MISM Tech war für mich ideal, da die meisten Vorlesungen und Kurse in Englisch angeboten werden. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, das Programm als Vollzeitstudium zu absolvieren. Zug um Zug zum Erfolg. Simon Maurer, CSO Skyguide. Simon Maurer, Physiker und ausgebildeter Linienpilot, ist heute Leiter des Bereiches Safety, Security and Quality bei Skyguide, sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Sein MISM Tech Studium verhalf ihm, Führungs- und Managementaufgaben zu übernehmen. In diesem Studium werden nicht nur die Lücken im Bereich zum Beispiel von Recht und Physiologie geschlossen, sondern auch Management-Disziplinen unterrichtet und zwar durch Professoren, welche grösstenteils selber über langjährige Führungserfahrungen auch international verfügen. Sie wissen nach diesem Studium nicht alles, aber Sie wissen genug, um die richtigen strategischen Fragen stellen zu können, um langfristig für Ihre Unternehmung und Ihre Mitarbeiter günstige Voraussetzungen für Erfolg zu schaffen. Unser Wissen ist Ihr Kapital. Das Wissen zur Wirtschaft bringen ist ein zentrales Anliegen der ETH. Seit 1989 leistet die Managementausbildung an der ETH Zürich hierzu einen wichtigen Beitrag. Das MISM Tech legt größenwert auf Qualität der Ausbildung. Dank der forschungsnahen Lehre und der Kooperation mit Industrie und Wirtschaft sorgen die Professoren des M-Tech für eine effiziente und interdisziplinäre Weiterbildung. Gastvorträge von Führungskräften aus Industrie und Wirtschaft stellen den Alltagsbezug her. Blockkurse und Seminare, unter anderem im Bereich der Soft Skills, garantieren eine individuelle und intensive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Ein einwöchiger Studienaufenthalt ermöglicht es, das persönliche Netzwerk zu erweitern und das erworbene Wissen in einen internationalen Kontext zu stellen. Absolventinnen und Absolventen des MISM Tech sind gerüstet für eine Managementkarriere in Wirtschaft und Industrie sowie für die Gründung einer eigenen Firma. Der Kluge Zug – die Managementausbildung an der ETH devositiv aumentar nach der ETH Bewegung – das ist eine Infobestibilte der ETH ab